Jo Jo Leute willkommen zurück bei Heroes & Channels zusammen mit den zwei Lappen und wir sind hier mitten in einem vorbereiteten Gefecht schon. Ja wir haben schon fast gewonnen dann wollte ich nur mal anmerken wir brauchen nur noch rot zwei dann haben wir gewonnen. Futur, du bist auch ein Lappen. Futur einsteige ich habe ein Auto. Ich auch, guck hier. Futur bist auch ein Lappen. Warum will ich ein Lappen? Ja du bist auch ein Lappen. Wir sind alle Lappen außer Sven, dass du oberle Lappen, dem gehört ja auch der TS-Chanty. Ne, ich bin, ah nein, offiziell bin ich ja noch nicht. Warte mal Sven, Sven, warte. Ja ich habe schon gesehen, du bist sehr elegant im Fahren. Jetzt bin ich bei einem Squat, hier Spaß. Jo, wir sind Lappen, Alter. Könntest du bitte eine Worte, deine Zunge zügeln, wir sind Lappen und keine Spaß. Okay, ist alles gleiche. Igo Ma Faust, ne, hast du Leute? Igo Ma Faust bist da. Igo Ma Faust, Alter. Ist die Grafik verbessert worden oder so? Ja, die Grafik ist eindeutig verbessert worden. Was? Die Texte so fühlt sich geil irgendwie, Alter. Ja, die Graf vor allem wurde viel besser gemacht. Echt, Alter. Alter, schmerzt mir hier keine 5 Marken, älter, schmerzt kein Blech, das Spiel immer noch Bullshit. Ja, aber die Grafik ist echt besser geworden. Die Grafik ist besser geworden, Alter. Und ich überfahre einen Bitch. Bei mir lagst du nur ein bisschen. Ja, aber mir hat es auch gelegt. Ich habe gerade eindeutig einen Überfahren und jetzt überlebt. Okay. Also, das ist ein Zeichen von Lack. Aber ich habe ich drehen hier. Wo sind wir denn hier? Alter. Ja, bei O2, wir haben gleich gewonnen. Echt, Ute, hinten kommen, da kommen sie, da kommen sie, da sind sie. Oh mein Gott, die schlägt. Machen wir noch, okay. Boah, oder auch nicht. Äh, jetzt scheiß die Wand da holt. Ach, ich kann ja, weil ich drauf habe, ich kann nicht kein Auto fahren, wie ist das? Ey, dass du kein Auto fahren kannst, das wissen wir, ja. Gott. Warte, Sven. Na, warte, bist du das? Ja, genau. Du bist doch ein Auto, oder? Ja, ich stehe daneben. Aber warum? Das ist aber jetzt durch, dass die Runde jetzt schon angefangen hat. Ja, dann haben wir gleich gewonnen und dann können wir in der nächsten Aufnahme eine neue Runde spielen, ist doch toll. Nein. Gewinnt wir zumindest auch mal. Oh mein, ich werde ich von den Block gewonnen. Das ist doch unfair. Bin ich schon wieder tot. Hä, wir haben jetzt schon wieder tot. Nein, nein. Man, hast du mir vergeigt, nochmal, Sven. Schell, Feuerwerfen. Wir müssen die Amis spielen. Ich ordne hier mit offiziell an, dass wir das nächste Mal die Amis spielen. Aber Foto hat's verkackt. Ja, jetzt bin ich wieder. Ohne Mist, Foto hat's verkackt. Wir wollten die Amis spielen, sondern Foto wird einfach die Deutschen. Ich bin offiziell der Meinung... Das war das letzte Mal, wo wir eigentlich aufnehmen wollten. Foto ist scheiße. Äh, übrigens, wir müssen O3 auch noch einnehmen. Oh. Also ist das hier noch nicht vorbei und wir verlieren gerade O2. Letztes Mal haben wir darüber diskutiert, was wir spielen, dann war Markus nicht da. Samstag um halb elf. Warum? Haben wir schon, wo wir aufgenommen haben, haben wir schon gesagt, dass wir Amerikaner... Ja gut, das weiß ich doch nicht mehr. Oh, Garnate! In der Tür, Garnate! Das ist kein Problem, du. Ja, ich hab jetzt meine letzte Prüfung rum. Jetzt kann man öfters spielen hier abpfeifen. Nate into the door. Das ist mir jetzt öfters spielen, schön. Der hat die ganze Zeit kommt mit dir ein Scheiß. Okay, der hier ist tot. Ich hab ein Gewehr 43, ist das das Gute? Nein. Wo ist die Garant? Das ist egal, was du hast, ist alles Pfeifen über hier. Nein, wo ist die Garant? Mann, die Garant liegt hier nicht rum, hier liegt nur ein Gewehr 43. Das ist ja ne Kacke. Das gibt mir eigentlich immer noch O2. Weil wir gerade O2 dermaßen der verlieren. Ja, okay, ich bin da mit der Nate rein. So kann es ja... Wow! Oh! Ich hab echt ein leicht schlechte Ping, ich weiß nicht, wo das anders liegt, wie der Kopfschuss. Äh, ich hab eigentlich in Grönland. Und Foto ist nicht mal in der Liste. Oh, ich auch nicht, ich bin 15. Könnt man liegen, dass jetzt zum Ende der Stunde rein, äh, zum Ende der Runde. Natürlich, der erste hatte schon 23, 4. Äh, 24. Und 1.580 Punkte. Ja, auch eben. Oh, Tom, der kommt halt im Gegenswert. Warte, du. Nein, warte, ich will dich noch überfahren, danach hol ich dich. Okay. Okay, ich überfallen nicht. Boah, Alter, mich gibst du. Ich hab ihn trotzdem getötet. Ich hab ihn trotzdem getötet. Okay. Ja, ich muss hier warten. Nächstes. Ich hab so irgendwas geschafft. So, jetzt wo bist du? Wobei... Wie hupt man? Ich weiß nicht mehr, wie man hupt. Ah, links dick. Nächstes glaube ich raus. In dem Spiel, ich mach die ganze Zeit nichts wie Hupen. Pff. Einsteigen bevor, der die Waffe bemannt hat. Gut gemacht. Ja. Ja, bitte. Aber ich hab noch gar nicht wusste, dass ein Update rauskommt. Kap. Ja, auch nicht. Aber es kam ein Update, ja, ja. Weil gerade eben, wie ich das Spiel gestartet hab, glaube ich, hatte auch irgendwas installiert. Echt? Der hat voll lange gedauert, wo er Profil geladen hat. Apropos Markus, wie sieht denn dein Test-Server aus? Ja, das wäre man nach der Aufnahme. Aber du updaten musst. Dann guck mal, wenn grad tot bist. Ist grad nicht gut. Also ne, du kannst ja nicht gucken. Ne, lass es, lass es, lass es. Ich kann schon gucken, ja. Ich kann auch mitdiskupieren. Es geht bei Windows 8. Ja, aber du kannst ja nicht mehr spielen, wenn du was runterlassen und spielen willst. Ne, das ist, außer mein Internet ist gut. Sehr gut. Mein Internet ist nie gut. Doch, manchmal ist das auch gut. Wo ist der Scheiß Gegner? Jetzt, ich hab' ne Maschinenpistole. Ja, wenn ihr mal auf mich warten könntet. Ich bin bei O2, okay. Ach so, das ein Tag auf der Straße. Weißt du, das ist eigentlich ein Let's Play Together und nicht, äh, Markus und Sven rennen voraus und Futur rennen, guck' in die Röhre. Ja, aber so ist es halt immer, ne? Das ist halt. Die hat so ein bisschen voraus tut. Ja, aber Spottmann bei O2 war ich eigentlich mal aufstirbelt. Ja, weil gerade eben gecaptured, weil es war ein Feind hier drin ist. Und ich such den grad. Aber der versteckt sich gut. Alter. Ich hab' ihn gefunden, glaube ich. Zumindest kam hier grad Schüsse. Leute, ich hab' die Nummer Faust, also wirklich krass. Ja toll, ich hab' einen Feind getötet. Was hab' ich? Ja, Thompson, Thompson. Gib mir die Thompson. Ich hab' einen Feind getötet, jetzt sind zwei neue da. Was ist das hier für die Läufe? Äh, Markus, Sven, einer von euch hier. Schnell her, hierher, hier bin ich. Nein, ich muss nicht bleiben. Da krieg's noch in der O2. Schnell, komm. Ja, ja. Hier, Thompson. Hast du? Jawohl. Ja, aber die Maschinenpistole E40, mit der bin ich zufrieden. Das ist die... Und jetzt bleibst du zwei Amis, die Overpower-Waffen. Äh, ich wünsche dir. Ich hab' übrigens gerade O2 mal wieder verteidigt. Aber jetzt komm' schon wieder neue Gegner rein und hab' sie wieder verteidigt. Was hab' ich für eine Waffe, das Maschinengewehr ist ja übelst King. Wir müssen zu O2, Sven, hat richtig viel Arbeit. Ja, ich hab's verteidigt, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja, ist doch egal, wir sind trotzdem zu O2. Nein, nicht mehr. O3, komm' schon, Leute, O3. Ey, ich bin so geil grad' eben gewesen mit dieser scheiß Waffe, ohne Mist. Wo? Oh, ich hab' ich schnappt. Oh, oh, oh. Ich bin das Haus, so. Ich bin im Haus, ich bin im Haus. Ich muss den Kübelwagen anlocken hier. Safe. Naja, es wird wieder im G. Oder? Ich hab' keine Heilung. Boheilung. Ich hab' so eine saugee eine Maschinengebistole. Makris so die Heilung, ich hab' das Fahrzeug gleich offen. Ich hab's. Einsteigen. Warte, ich muss noch mal heilen. Tutor auch. Bin drin. Fahr, ich fahr! Ja, bin drin. Ja, ja, bin drin. Fahr! Ja, ich bin drin. ich bin dort ich bin auch raus die wir ins haus bin im haus ich bin im haus bin bei u2 ich weiß genau wo er sitzt so bahnhof zu aber das ist ja in berlin oder nicht gibt es bahnhof zu ja er hat ein gutes visier einfach mal reingehalten markus bleibt in deinem haus bleibt rein bleibt drin der kommt die kommt verstärkt die kommen richtig ja ja ich habe ich habe welche gesehen hat wo es hat die frage immer als wir haben aufgeladen hat soll jetzt von rechts werden ja ich habe der peter immer noch an der tue mit einem maschinen gewährte fangen ja ich habe sie getroffen steht immer noch drinnen ja ich weiß direkt hat er habe ihn habe ihn habe ihn hätte mir einfach worden gegeben und headshot und die top ihr mich eigentlich einfach richtig geil und ich bin positiv leute ich bin ein positiv ich habe eine fünf vier die tonne so was immer geil so was ich mal bei mir einfach mal machen hier ist eine automatik war erben die weibel wir haben übrigens meinen back gefickt ich war nicht mehr unendlich fahrzeug ist wochen nämlich muss wieder aufrüsten jetzt sagen die sind wir jetzt verstärkt bei u2 ziemlich stolz und sie haben was geändert dass du jetzt auch beim umkämpften punkt sporen kannst ja das kannst du schon immer nein doch aber immer nach der welt ist worden natürlich bei u2 punkte schon also bei dieser umgekehrt ist immer und jetzt wollen die ganze Zeit bei dem o-punkt er eben drum es sollte eigentlich nicht mehr um kämpfe nicht mehr transporten können aber ab dem moment wo er neutralisiert ist kann man nicht mehr wir müssen u2 wieder dann macht mal die sitzen alle in dem haus neben dran mit drei Leute aber es ist so kann die top ist echt overpower also kann das jetzt haben wir zwei verloren jetzt kann man übrigens auch nicht mehr spawnen ja gut das ist gut nein mein pack ist doch nicht weg das geht nur bei u2 nicht bei u1 geht's what the fuck wenn wir verlieren die logik muss man nicht verstehen ich habe ihn ein auto kann ich abholen wobei ich komme von der anderen seite das vielleicht auch geschickt ich habe ihn gespottet ich werde nur von snipern weg geholt ey die sind hier ziemlich gut vertreten die sniper wir haben u2 verloren das war auch richtig geile sniper euch wie das game alter naja das ist das premium spiel vor dem herr apropos premiums geben das andere was das wenn ich gespielt haben gestern das ist richtig